Badapakshyasana ist die gebundene Flügelstellung oder auch Vogelstellung, man kann auch sagen die verschränkte Flügelstellung. Ausgangsposition ist der Langsitz, von hier gib die Beine auseinander und fasse mit den Händen an die Füße. Von oben betrachtet siehst du jetzt so aus wie ein Vogel. Füße und Hände zusammen sind wie Flügel und der Kopf ist wie der Kopf des Vogels. Badapakshyasana ist eine schöne Übung zur Flexibilität der Hüften. Du verbindest hier vorwärtsbeugende Flexibilität mit seitlicher Grätschflexibilität. Auch wenn du die Stellung noch nicht so fortgeschritten machen kannst wie Fabian, es ist doch wert immer wieder zu üben. Und du kannst dir auch vorstellen, dass du dabei frei bist wie ein Vogel, oben am Himmel kreisend mal die Froschperspektive verlässt und in die Vogelsperspektive kommst. Und dann wirst du ja irgendwann wieder landen können und deinen Alltag neu angehen können.